und damit herzlich willkommen zu einem wunderschönen stream von jörg mein kanal gestern gemacht der wird heute wahrscheinlich nur ziemlich genau eine stunde gehen bis zwei muss ich eben essen jetzt ein kleines stream es kann gut sein dass mein bruder mal zu mir rüber kommt oh mein gott man ich konnte bitte deinen in den 1 1 hier umschalten was wollen muss ich nur mit den eingestiegt los in den 9 Ventilator um und so wie die und so wie die ja ich glaube es wird ein ganz lustiges ich glaube schon ich bräuchte meinen zweiten bildschirm es nervt zu mit einem bildschirm du hast du nicht einen zweiten du hast du nicht einen zweiten du hast du einen zweiten oder? nein also ich habe einen zweiten und den kann ich nicht anschließen frag mich nicht warum mein mainboard ist irgendwie zu unfähig dass er den input vom mainboard nimmt wo hast du denn? na zu nein jetzt muss der dann auch gehen Nein! Was ist denn? Ich bin gar nicht mit meiner Hacke! Ja, die machen die... Ich bin wahrscheinlich durch den Schwartz, weil die eine und zwei hat sie umweg. Die eine ist nicht verlegt, die da und da hat sie noch positive Aktion, wie sie uns landet. Nein, 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 nein. Das sind die komplett besten Mails gewesen. Jetzt wurde das komplett eingeschüttet, du. Oh, den Spaß ist. Machst du schon höher. Oh, die Wann halt einfach scheiße, das muss mir zugänglich. Können die Dienste noch auf Tische sehen? Nein, 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 nein. Die sind die andere Kür? Nein. Die sind die Pfumpgun. Die sind die Pfumpgun. Ich mach das sogar noch mal. Da hat noch originale 4 HP gekauft. Was? ich habe das Problem gehabt, dass wir alles zubaden haben. Weißt du was im Gokim? Eigentlich hätte ich eingestellt, dass der ganze Chat auf der Seite anzog. Wie spät denn das anzog? Der kann aber schreit. Ja, aber gestern haben sie ja voll durchgeschrieben. Und so ist deutlich nicht angezogen worden. Ah ja, und alle Twitch-Zuschauer können ja heißen. Dann wird es nicht so gut gesetzt. Ich habe einfach ein Bogen gerückt, oh mein Gott. Ich halte eine ganz kurz in meinen Twitch ein. Was da so abfällt. Na ja. Wo einer von uns in den Team jetzt hat es immer hängen, ich habe gedacht, dass es nur liegt. Zuschauer 0. Juhu! Zumindest habe ich einen Follower. Maxi, jetzt fliegt die P-Shop ins Tisch. Wohin? Also da. Red Horse. Ja, sicher ist da einer. Ja, sicher ist da einer. Gut, Wani. Wow, der Fischergler ist der Beste hier auf der Boden. Das ist ja noch nicht. Das Fischergler. Kann man auch noch holen? Ich habe keine Materialien mehr da gefällt. So wie süß. Der Mango hat 20 kaffee. Ich konnte den Hacken. Ich bin aber auch noch nicht. Ja, wieso schau ich jetzt mit dem scheiß Vollspaß, wo wir zu mir dabei sind, oder? Keine Metz mehr, zumindest fast keine mehr. Hier hat's was geliebt. Ja, come on. Digger, wie schlecht er ist! Nein, das sind wir auch nicht schlecht. Leute, mitzockt deutlicher Fall vom Leften. Digger, wie scheiße, komm mal bitte spülen, Alter. Ja. Hier, du spielst du in den B, Alter. Digger, du spielst du in den B, Alter. Digger, du spielst du in den B, Alter. Du spielst du in den B, Alter. Magst du spiel mal Tartigems? Nein, sie spielst du in den B, Alter. Also, der ist schon, ah ja, das können wir machen, ja. Ja, nach der Runde wird's sonst, keine mehr aufbrechen. Du bist so, du bist so, du bist so. ARD Text im Auftrag von Funk Wer dance die Gerne davon schnell mit... Schord so? Du kannst doch auch sehen. Ja. Du kannst doch aufhören. Ich finde einfach gewähnt. Ich bin Abschlug geflogen, wie er... ...Mongo mit dem Kacken. Oh mein Gott, du bist so scheiße. Er kriegt uns da an die Pickaxe der, Alter. Jojo, was gut denn ist. Leider ist es gut denn ist ein Sniper. Leider ist es gut denn ist ein Sniper. Oh mein Gott. Ich krieg's hier bei einem... Oh mein Gott. Ich hab so absolut Angst vor allen Gegnern. Nämlich alle Gegnern haben selbst bessere Waffen. Oh, schau, schau. Oh mein Gott, der Laser hat mich einfach komplett weggewinnt. Oh mein Gott, der Laser hat mich einfach komplett weggewinnt. Das war's für heute. 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 Okay. Start TP stream from Chrome. Start. Start. Stop. I hope to short TP stream things. Start. 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 Okay, glaube ich noch dum. Bis heute jetzt. Okay, und wie schaut's da jetzt mit meiner Chatbox aus? Das ist heute nur unheimlich durchblickt. Okay, es ist egal. Nein, es ist wichtig. Was wechselt zum Beobachten? Ich habe mir gerade noch einmal das alte Kindhaus angeschaut. Ich habe gerade den F-Code dafür eingegeben. Was wechselt zum Beobachten? Ich habe gerade noch einmal das alte Kindhaus angeschaut. Ich werde eigentlich vorne ganz gerne da... Na, stopp ich. Ich baust mir schon auch kurz die Töten ganz kurz ein. Ich muss ein ganz kurzes machen. Und dann... Da Teile... Da... Ein... Da gibt es... ... ... ... So, beide geupdatet und jetzt können wir loslegen. 3, 2, 1, achso. Ok, jetzt war sie bereits. Ja, boss. 3, 2, 1, go. Oh ja, genau. Ich hoffe, der Schott took good. Ok. Okay. Outbraindいい, Lop. Oh, but outbraind. Oh, but outbraind right now. Yeah. Was haben wir noch eine gute Gange? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh mein Gott, ich brauche mich noch mal zu mir, aber ich habe schon was mitgeguckt. Hey, dieser Launchliner von meiner Mama ist gerade los. Ist schon wieder vorbei. Ah, ich spiele gerade neben der Küche und meine Mama will gerade so laut schleiden. Okay, Max, wo du jetzt wieder? Okay, was 3 zu 1 geht? Hey, Frage, wieso du Henker spielst du mit dem Laptop? Weil bei meinem PC, was mir im Internet denkt, es funktioniert einfach nicht. Oh, Dinger, das war ja Ohrenschleider. Warte, ich stelle das kurz um. Sprachqualität hoch. Äh, Aufnahmegerät. Mikrofon. Oh, Loll, ich wollte gerade editieren. Ich habe noch raus, bis ich in die Puppe wieder ankommt. Deswegen. Das ist extrem spannend, der Fight. Boah, die S&G halt sich auch nicht. Boah, die S&G halt sich auch nicht. Boah, das war auch kein 200er oder sowas. Das war auch 200er. Ja, du hast aber jetzt ja keinen Anzeln abheben. Es fällt jetzt 2 zu 3 für einen Side-Test. Es ist extrem spannend. Dies, das. Ananas. Der Side-Test. Und dann Maxi jetzt wieder vernext. Warum? Ich verpfühle sie auf die Füße. Und verweint das Side-Test. Nur 1 Minute und 40. 2 zu 4. Das schaut sehr gut für einen Side-Test aus. Der muss jetzt eigentlich nochmal eher defensiv spielen, und dann kann er das gewinnen. Defensiv ist das nicht. Aber es ist sehr... Superin. Superin, ja, ja. Jetzt hat er wieder den Edit gekriegt. Den Edit. Schau, wieder den Edit. Da editiert er auch. Aber der Monix kondert wieder mit der Treppe. Jetzt geht der Maxi durch die Seiten durch. Jagt regelrecht den Monix. Aber der Monix ist... sehr flink im Abhauen. Obwohl der Monix ist eigentlich eher so offensiv-aufig als solch wegen der Zeit. Jetzt hat der Monix den Edit. Aber jetzt wieder der Maxi. Was weiß ich was? Okay, ich glaube. Der Side-Test hat ein paar Hits landen können, wobei der Monix kann nicht landen können. Jetzt wird der Maxi ein... Gibt 100er Hits landen. Wie ist das überhaupt dein Kopf? Souverän ein Ausdruck spürt von Monix. Damit ist jetzt 5 zu 2. Und das war's dann auch wahrscheinlich. Da müsste irgendein Bug sein. Wenn sich das noch ändert. Der Maxi heilt, dass er wieder auf die 150-Kern-Leben auffällt. Da ist das Ding. Ja, ich bin der LBC-Seite. Ich hoffe, dass du ihn spawnst. Tschü, tschü. Oh, du spawnst ja. Aber ich spür im Lab da. Also das spielt grundsätzlich mal nicht. Halt. Ich war einmal kurz. Ich hab ein Fiespapier in der Ladescheine. Wir haben kurz weiterstreifen müssen, wenn ich es war... Irgendein Ohrenpetscher und das liegt... Alter. Gät's schon? Bei mir aus geht's, ja. Lol. Äh... Gät's! 3... 2... 1... Go! 2... 3 1... Ich habe ein Aim wie der letzte, gell? Neust du? 1 an. 4 1. Neun, der Gugnerhoff wahrscheinlich. Ganz schlecht... Okay... Fuck. Oh mein Gott, das war irgendwie krinschig. Schnell, geh auf, geh auf, du bitte! Genug. Oh, ich wollte es nicht stehen, wenn ich es nicht leise stehen, weil... Ich hab keine Sex gesagt. Weil ich nur... Irgendwas. Nein, ich wollte da grad zueditieren, aber irgendwie hat es den Edit nicht angenommen, weil ich nur auf die Wand drauf geschaut hab. Oh mein Gott, ich bin auf eine Wiener´s. ISE memoßtieren... Ich hoffe kurz zu… Ok, ich bleib, ich habe sehr repleniert. Nein, das ist immer der Typ, ich ziehe von hinten, leider! Mann, das ist so eine Jacke, wir waren auf beiden Seiten auf die Bühne, leider. Ah ja, das ist wirklich so. Ja, wow, wie abgeschoppt man ist. Nein, das ist doch. Ich verstehe, was ich will, ist doch nicht so. Nein, das ist doch! Nein, das ist doch! Nein, das ist doch! Nee, das ist doch! Ich habe schon gesagt, dass ich nicht mehr so viel Ich habe schon gesagt, dass ich nicht mehr so viel Achso! Hello, it's me again! Oh mein Gott, naja, wie sehr unloost! Wir wollten den Fisch attacken und dann auf den Kopf 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 Wir lassen die Wunderschöne Der Connect oben am Loch, gell? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist denn in der Plane jetzt? Ich habe schon wieder viel gekämpft und abgestaubt. Nooo. Oh mein Gott, Mann, du bist ja so ein dreckiger Abstaub jetzt wirklich ohne Spaß. Du kannst absolut gar nichts. Du stirbst immer als erstes und dann kommst du nach auf einmal und staubst wieder alles ab. Hier. Und das alles zusammen an der Plane? Uh, der ist was. Fühlt sie gut an, oder? Fühlt sie absolut gut an, wenn man wär so... Daher kann ich jetzt nicht mehr machen. Ja, glaube ich. Fühlt sich super an, oder? Du hast keine Chance! Fühlt sich gut an, oder? Oh, der Träger ist nicht überlassen! Fühlt sich gut an, oder? Was machen wir heute noch nicht? Fühlt sich auf einmal, oder? Fühlt sich auf einmal an. Die sind schon eng? Fühlt sich auf einmal an! Ich finde, ich spalte da wieder nicht. Wir haben nichts zu sehen. Juhu, ich fühle mich so gut, oder? Keine Ahnung, das ist die Max. Oh mein Gott. Spaß! Das ist lustig, lustig. Ja! Ich mache jetzt nur meine Abstaubi mit Staubi. Abstaubi mit Staubi. Abstaubi mit Staubi. Abstaubi mit Staubi. Spaß! Spaß! Die sind ab, ich habe keine Fährten, die sind egal. Lol. Spaß! Also bei dir ist es auf alle Fälle nur Spamerei und durchlegen. Du legst die überall durch! Ich bin schon eine Stunde davor, wie ich am Bau gehabt habe. Jetzt ohne Spaß. Das macht dir keinen Spaß, oder? Ja, gut. Wir müssen. Ja, jetzt kommen die 2 Minuten 40, können wir mal noch spielen. Ja, ja, gar nicht. Wahrscheinlich. Was ist denn? Du bist wohl leicht. Du bist wohl leicht. Ja, weil ich glaube immer die Füße. Spaß! Du legst schon, du gehst durch. Ohne Spaß. Ja, wahrscheinlich nicht. Du gehst durch. Oh, du bist so miese in dem Game. Wie war's? Und du nur miese. Du gehst durch. Du gehst durch. Du gehst durch. Ey, wie war's? Ey, rabe, ne yaptik? Digger, wieso? 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 Oh mein Gott, das war nicht der entscheidende Kilo. Nein, aber es ist lange nicht. Ja, passt. Dann zeigen wir mal, wenn der Mann nicht immer mich von hinten abstopft. Dann zeigen wir mal, wer da... Okay, ich muss abgehen. Vielleicht haben wir die Chests, hoffentlich. Nein, stopp noch ganz kurz, ich muss noch ganz kurz in ordnen. Jetzt geht's. 2, 2, 1, go. 2, 1, go. 1, go. Ist die Oma da? Ja. Oh mein Gott. Ich freu mich schon mal an die Tür. Heyo! Stopp, sicher kannst mich stören. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wundervolle ich sie wieder rein. Ich werde drei Wunden zu versuchen, die Stoffen und die Stoffen und die Stoffen. Wieso? Wieso? Ich wollte so gut zum Wärmen werden, ich meine. Nein, ich habe. Oh, aber das passt ja auch hier. Ja, dann... Oho, Uli, wie kannst du mir die Hits bitte geben? Weil das ist so... Der Pump, ey, muss das am Laptop... Ich habe einen Streiskopf, ich habe einen Stoffenkopf, irgendwo Kofferli Suppe. Ich habe... Ah, hier ist zu mir. Ich habe einen Blut zu da. Und da passt eben, das ist der Kettbeck zu. Der ist ein Eck da. Das ist die normale. Die Oma kann nicht nur ein bisschen. Die Oma kann nicht nur ein bisschen. Aber dann wird man nur... Hier, hier ist der Kettbeck. Das ist der Kettbeck, oder? Ja, das ist der Kettbeck. Das muss man auch nicht so machen... Die Oma geht nicht so. Ja, das wird mir dann aber wieder ein Studio für den Fall, damit... Das heißt, du schenkst das ist, weil es lange nicht zum Schimpfen. Ich habe mal nie mehr zu den Becken auf, oder? Uhhh, ich bin da und da. Wie damals schaust man den An3s, wir gestern laufen, von übernachten die Lockenstaten, aber jetzt woppt man nicht ziehen, das ist ja nicht bestätigt. Was soll die Ziele? Machen wir jetzt mit oder ohne Heal? Ja ohne, oder? Ja. Achso. Die spielen miteinander eben. Das ist schön. Ah, tschüssi. Ich glaube Pampen, ich ist einfach da. Ja, du kommst da oben und saugen wir uns wieder und kannst auch gerne zu mir nachschauen. Geht's wieder? Achso. Achso, lol. Wir kommen jetzt in den Text und haben die Schrauben durch und haben gesagt, ob du was hast. Ich kümmere mich drum und ich schaue das nicht in die Kartensteuerung. Wundervoll. Und habe ich jetzt gleich gemacht? Oh nein. Oh nein. Ah, okay. So. Oh nein. Der Wispi ist ein Fett Fisch. Oh mein Gott, bin ich zu voll. Bist du mein Wuppermann? Bist du das so dramatisch wäre? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Nein, aber wenn es wichtig ist, dann machen wir es nicht. Muss man nicht kommen, ja? Was kann? Oh, ich kann nicht mehr. Ist das stressig, wie viel hast du erarbeitet? Nein, natürlich steht das schon. Aber wie geht es dann? Aber du hast du ein Fisch? Bist du ein Fisch? Das ist toll, ich kann nicht sagen. Ich muss noch mal den Norden. Lässt du? Schön. Hm. Dies ist super. Dies ist super. Dies ist super. Was ist denn? Fertig. Was ist denn das? 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 Na, holen wir. Was ist denn das? Oh. Hä? Boah. Das war wieder durch die Wand. Hä? Das war durch die Wand. Das wusste ich. Ich will wieder einmal durch die Wand schießen. Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was soll das? Wie ist die, was bin denn? Wie ist sie aus wie ich mir bin denn nur komplazieren? Wie ist sie aus wie ich bin denn nur eine Konflikation? Ah, ihr habt gar nicht. Ich kann die Leute nicht mehr lernen. Ah, ihr habt alle jetzt die Kaffee denn schon fast wieder gehört. Nein, wir haben die Kaffee und die sind fast wieder rausholen. Es ist die Kaffee. Es ist die für die Kaffee. Ich schlüsse mal kurz nichts mehr rein und dann drehe ich auch hier drüber umständen. Ich schlüsse mal kurz nichts mehr rein und dann drehe ich auch hier drüber umständen. Ich schlüsse mal kurz nichts mehr rein und dann drehe ich auch hier drüber umständen. Ich schlüsse mal kurz nichts mehr rein und dann drehe ich auch hier drüber umständen. Ich schlüsse mal kurz nichts mehr rein und dann drehe ich auch hier drüber umständen. Ich schlüsse mal kurz nichts mehr rein und dann drehe ich auch hier drüber umständen. Ich schlüsse mal kurz nichts mehr rein und dann drehe ich auch hier drüber umständen. Ich schlüsse mal kurz nichts mehr rein und dann drehe ich auch hier drüber umständen. Ich schlüsse mal kurz nichts mehr rein und dann drehe ich auch hier drüber umständen. Ich schlüsse mal kurz nichts mehr rein und dann drehe ich auch hier drüber umständen. Ah! Ah! WK-Schuss trifft! Tschü-Tschü! Was ist da ein Tschü-Tschü, dass du einem von Lucky Shot gibst? Ich hab' wieder Zeit, jetzt war'm da P. Ui, ja, schnapp, schnapp! Ja? Na, das fragt mich, dass das was mit dem 15. das hier das Arbeit ist? Ich hab' gleich geschaut, was... Weil, ich hab' schon reserviert, keine Karten, haben mir gedacht, ich mach' jetzt gleich nichts. Super! Weil sonst wäre es immer um 19.30... Wieso hast du jetzt gewohnt, wenn wir gleich viele Kills haben? 3-3, weil ich... Hä? Wieso hast du, woher hast du 3-3-Ede mehr? Ich hab' die 3-3-Ede mehr so viel... Ich hab' die 3-3-Ede mehr so viel... Aha! Okay, ich muss jetzt n' checken, ich hab' gleich viel in uns geklappt. Ja, aber... Erster, erster... Wir haben beide rum... Oh, nee, da guck' ich jetzt mal nach... ... da wohl... Getschen, ne? Ja, guck, der Star und die gleiche Schöpchen! Höchst Getschen mich und die aus 3-3-2-1! Wieso spürst du raus irgendwie mit Stein? Maxi? Weil das immer was du meinst. Und was ich nicht ziehen kann? Das ist nicht übel. Okay. Aber ich kann ja nicht abgeschüssen. Wenn du Zeit hast ja und wenn du Zeit hast, muss ich nicht. Bitte? Ja, abliefert. Jetzt gibt es die Möche. Ich stehe! Tschüssi. Jetzt ist er! Das war ja nicht, ich glaube bald. Dass wir uns. Ja, das war ja nicht. Das war klar. Aber du musst dich hier in deniper. Du musst nur sonst es ziehen. Aber du musst ihm helfen. Die Schirrung ist in der Nähe von der Flügel. Also, die Alive in die Krise, und erstens, dass man lanzkonstellungsanthema, die das Bedeutung des Bedeutungsale mit dem Bedeutungswicht, weil aber gerade dann mit Bedeutung ist. Also, die Alive, aber auch saniert, wenn sie in dieser Zusammenhang sind, die, sich auch in dieserottle auf dem Bedeutung aus Bügel und der Graf zu machen. Nein, natürlich. Entschuldigung, wir haben hier. Ich habe hier einen Weg, der die eine Hälfte ist. What? Schon wieder durch die Wand. Schon wieder durch die Wand. Schon wieder durch die Wand. Nein, es steht keiner. Ich bin ja nicht zu, das aber auch im Frühen sind. Ich bin so ein bisschen einladen. Nein, das ist so. Ich meine, das sind Kleinigkeiten, aber... Das ist so ein Müllfall. Ja, das ist. Dass wir alle mitdenken, was das ist. Ja, Mann! Dabei habe ich auch einen Aufzug im Zettel mit der Liste, wer mein Droll ist. Im Breckenholz links. Du verpieselst dich immer irgendwo an euch. Ich such dich gerade, Maxi. Ja, ich bin immer oben! Ja, kommt der Limpfchen. Hallo! Ähm... Nein! Oh, holy shit! Auf, editiert 120er! Magisch, Leute! Was? Oh mein Gott, die raste so aus. Alter, wie da hat mich wieder abstauben, Kind? Alter, man, ich bitte schleuch dich einfach. Erst muss er weg, unbedingt geht sofort. Und da kommt er wieder zum Abstauben. Hä? Wo abstauben, Alter? Wo bin ich abgestaubt? Hä? Hä? Ich kann nicht zerstören, unser ganzes Spiel. Du machst das ganz durcheinander. Ja, super! Kann ich einbocken, gell? Oh mein Gott, wieso zum Henker geht das nicht auf dem SMG? Ich druck den Scheißknopf durch bis zum Geld nimmer! Wie oft soll ich einen Kackknopf durchspammen, bitte? Was soll die Scheiße, Mann? Ja. Es wird schon, es wird schon. Klar, GG. War ich genauso lucky wie deine Schüsse immer. Da gibt's kein GG, da gibt's genau gar nix. Weil man einfach lucky, in wem drinsteht und abdrücken kann. Und der Mali, der verpildet sich während das irgendwo und wartet bis irgendwie ganz, ganz low ist. Okay, ich hab das noch zuschauen. Ja, deswegen hast du dir vom Dummy killen lassen, dass er ja, ein Kill mehr hat wie ich. Der ist hier. Wir haben schon dumm aufgesucht. Alter. Alter. Oh, wow. Wow. Dann lass dich wenigstens, aber ich killen, Dracker, dass es wieder gleich stand ist. Bist du dumm oder so? Du bist wirklich so dumm, wie du ausschaust? Und du schaust richtig dumm aus. So viel kann ich dir sagen. Jetzt warst du mich extrem nicht rum. Ja, damit lass du dich heute einmal killen. Ja, hab mich gerade nicht lassen. Alter, was ist das? Bleib raus! Alter. Beruhig dich bitte. Ich weiß es nicht. Nein, da kann man nix machen, wenn du mir sagst, weil ich die ganz normale Lad Shit gekillt hab, hab mich grad eh killen lassen. Nur weil du nix kannst, jetzt ohne Spaß, man. Oh mein Gott, was tust du? Geht's los, die Arme killen, komm! Ja, aber nicht jetzt, weil die schon ein Gesicht haben. Oh, da brauchst du wieder, Scheiß, Mann. Geht's. Ja. 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 Du hast das? So, lass- im. Ja. Ja. Jetzt höre ich mich zum Bemerkungen. M-M-M-M-M-D. Oh mein Gott, immer kommst du von oben einfach runter, oder? Ja, komm da kann man genau gar nix machen. Oh mein Gott, da kann man halt nix machen! Was soll die Scheiße? Ich hab keinen Bock mehr auf euch! Ganz ehrlich, ich hab keinen scheiß Bock mehr auf die, Mann! Genauso wenig wie auf Madi, der Madi kann halt nur weniger, wie sonst alle anderen! Was hörst du eigentlich für scheiß Probleme, in der Sonne? Aber nicht? Oh mein Gott, sie rast sich lecker aus, sie kommt so ab, Kampffschüttern neben mir! Jetzt, wir sehen uns mit dem Bunt! Hey, einen! Du sollst nur noch was dort hinhaben! Wo schimmelst du schon wieder, hm? Digga, du spammst heute echt nicht mehr drauf. Du bist so zum dreckigen Spammer, wollen wir alle anderen scheiß Kinder auf dieser Welt. Hey, dir zur Trap, gell? Du bist echt auch zum dreckigen Spammer geworden, jetzt ohne Spaß. So easy, du Clans Opfer, wenn du halt einmal zurückspammen, dann kannst du gar nichts mehr auf einmal, hm? Der Moment, wenn die scheiß Kinder einfach zum Opfen werden, weil es nix kann. Du hast 1 HP oder so? ... ... ... ... ... Ich bin echt toll. Hä? Es war doch schon das Holz da oder? Nur so eine Frage. Ja, stimmt. Wow, 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 wow. Ja, okay. Einer Maxi-Gun. Wo bist du? Easy win! In thy face, man. Easy win. Easy win. Maxi, du hast weniger eliminiert. Ich habe genau gleich vier Eliminierungen. Ach so, da, stimmt. Ich bin heute nur weniger eliminiert worden. Bleib pech. Weil du, weil du Arme von Marni gekillt worden bist. Oh, das sehe ich. Na, überhaupt. Na, überhaupt nicht. Hä? Nur Arme und Dummy, deswegen hast du einen Kill gehabt. Habe ich nicht? Ich bin Arme gekillt worden, sehe ich? Ja, eben. Und nie hast du Arme gekillt. Nicht stimmt. Na Maxi, du hast nie Arme freigekillt, als es gleich stand. Und weil ich mehr Leben gehabt habe am Ende, habe ich gewonnen. Und weil du dich gehealt hast, zählt sowieso nicht. Ja, genau. Jetzt bin ich wieder drauf hinaus. Das ist der Winner, Winner Chicken Dinner ist. Ja, ich sehe es mal. Wenn LWC-Seite da steht, dann steht LWC-Seite schon da. Na. Ja, ja. Ja, passt. Ja. Wow, ich kann nicht mehr zueditieren. Ey, das ist so ein Scheiß-Game. Das Game ist so verpackt, sag einmal. Ohne Spaß jetzt. Ja, wenn es langsam ein bisschen ist, ist es ja leider so. GG. Dinger, Mann, hast du ihm keinen einzelnen Hit geben, oder? Die geht trotzdem zerstört. Ja, du hast halt leider nur einen Kill. Und der Manni ist wieder nur zum Abstauben da. Und der Manni ist wieder nur zum Abstauben da. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Genau, dieses Glück. Einfach wie der Meuer schlacht auf sich das da durch ein. Bist du nur cool, ja. Ist der Maxi kein einziges Mal entrufen, oder wie? Ja. Einfach drauf. Und beide. Na, beide. Ihr möchtet nix sagen oder du hast nur einen, okay? Oh, der wird losgegangen. Aber die kann aus Versehen wie sie viel sagt. Oh, der jetzt. Oh, der schießt. Ja. Oh, der Maxim ist fast enttrucken. Oh mein Gott. Digga, wie ehrenlos kann man eigentlich spielen. Ich würde zu sagen, was ist mit dem ehrenlos? Normal, einfach spielen und nicht die ganzen ehren. Arme so ehrenlos. Ich weiß nicht, was man als Lachen tun kann. Wow. Wow, wieso kriegt eigentlich der Dummy, wenn ich am meisten draufdenke? Ich weiß nicht, weil du Kloch, was hast. 99er Hit. Wie kann man bitte 99er Hit? Wie er immer GG sagt, wenn er gewinnt. Oh mein Gott. Du hast gut gespielt, aber ich besser. Oder wie jetzt? Oder wie? Ha? Digga, du hast nicht mehr gekannt, nichts mehr drauf. Wow. Wow, wie viel so die Nuka ohne Spaß ist. Oh mein Gott. Du hast nur Obstauben und draufspammen. Ja. Sehr, sehr. Ich rast geil aus, Mann. Ich zieh so aus. Ich rast so aus ohne Spaß, Mann. Egal. Ich hab' den Kill. Jetzt springen da wieder mit Spawn. Schwest der Herr. Unter 2. Der Arno. Ja wow. Wieso kriegt ihr das den melee Kill? Vielleicht mal ein Diener- der holen gegen die Tocke. Ich bin nämlich geschossen. Ich rast so. Bitte machen wir jetzt gegen alle 1v1, okay? Ich will jetzt so fucking 1v1 gegen jeden von euch. Ich will euch einfach nur zum Ream bringen und zerstören, okay? Jetzt kämpft es 1v1. Zurück zum Kreativzentrum und jeden... Oh, jetzt verliert er und dann muss er. Oh, jetzt verliert er. Maxi, bist du nicht da? Maxi ist, glaube ich, wieder bei drin, oder? Maxi ist alles nichts. Maxi? Hab's nicht jetzt Angst vor dem 1v1? Ich kann ein Opferkinder, oder? Dass du Angst vor Turtle Games weißt, liebst. Ja. Oh mein Gott, ich hab den übelsten 200. Ich hab sogar schon die Schuße angezogen. Das kommt heute. Was ist denn? Ich hab mir grad vor mein kleines Zeichen gestoßen. Das war's. Ach so. Ja, soll ich... Das kommt heute. Ja, war's. Das kommt heute. Ich mache. Es gibt jetzt ein Essen, sagst du deinem Bruder. Es gibt jetzt ein Essen. Ja, ich hab mir grad nur richtig mein kleines Zeichen gestoßen, sag's ihr heute. Der Maxi ist jetzt in unseren kleinen Zeichen gestoßen. Ja, ja, das haben wir kehrt. Ich kann nicht liefen, wieso geht das wieder nicht? Du musst back to Creative Hub oder zurück zum Kreativzentrum. Bist du dumm? Ja, schau halt her. Ich kann wieder nicht, ich kann nichts auswählen. Ja, ich kann heute aber. Alter. Ja, aber was mit den Tapps wieder nicht stimmt. Dann machen mein Fortner wieder zu und nimm mich auf. Dann komm heute mal du einer, Manni. Bist du dumm oder so? Ja, du hast ja noch eine neue Idee. Du musst dich bescheid mit mir oder nicht? Ja. Hä? Ich schau nur ganz kurz, wo der Dummy kommt. Ja, guck mal. Wieso funktioniert's? Das ist Kimma, der Manni. Das hat nicht läuft, aber es läuft. Jetzt, Kim. 3, 2, 1, go. Oh, blöd. Was ist jetzt eigentlich der Problem? Maxi, das Arm verliert. Maxi. Mein Problem ist, ich werde... Was? Hast du gesagt? Du rätst mit mir. Ja, ich bin gerade mit Manni im 1v1. Ja, was ist dein Problem? Du sollst du verlierst. Es nervt einfach nur, weil ich der Beste von uns bin. Ich kriegst nicht. Ich kriegst du das jetzt. Ja, dann komm ich zum 1v1. Aber du traust ja nicht. Maxi, du bist vielleicht der Beste im 1v1. Aber ich hab jetzt im Turtle Games wieder ganz andere drin. Ich muss da mal verstehen. Dass dich überhört. Im Turtle Games 1v1 hab ich gerade auch jedes Mal, hab ich gerade auch gewonnen. Ja. Nur, wenn wir zu dritt spielen, werde ich immer abgestirbt. Ach so, stimmt. Ja, hab ich vergessen. Dann mach ich immer alle laut. Na ja, gerade zuerst hab ich gewonnen. Aber du hast einfach den 1v1 gemacht und gehielt. Und da kannst du nichts dagegen sagen, gell? Du brauchst nichts dagegen sagen. Doch, du hast am Anfang genauso gehielt. Das war nur das... Ich hab nicht gehielt. Ich hab extra nicht gehielt oder hab extra gefragt. Du hast am Anfang gehielt. Hab ich nicht. Und wenn du das so jetzt ausreden willst, dann viel Spaß dabei. Du brauchst den Namen für das Beweis, damit du das einfach unverspricht. Ich hab nicht so... Es ist halt einfach voll hohl. Es ist halt einfach voll hohl. Wie sogar keine Waffen beim Spawn. Mei, super abgecampt, muss man schon sagen. Also... Ja. Du kannst auf alle Fälle am Ende der Facts nicht. Ach so. Streamst du eigentlich noch? Ja. Wollen wir mal drinnen an und drinnen an und drinnen an und drinnen an. Ich glaub, dass die Reik haben, wenn man hier noch arbeiten ist, die sich zu fragen. Wollt du das? Ich kann mit dem Ambo und Romy reden. Johoho. Dann sitzt man bei, wie wir sollen so gehen. Warum steht da nicht ein Problem? Ich meine, ich kann doch das Züge anschauen, komm. Wo steht alles? Ja, dann tust du ein wenig leichter. Na, nehm ich, dann rierst die wieder undoieren. Und doch rierst du hier. Dann schalten Stream aus. Ich komm, ich nehm mich, du mein. Leute, die dreckige Mani zackt. Du bist so ein dreckiges Kind. Doch, siehst du das? Ja. Maxi. Was los? Dann schalten Stream aus. Alter, ich kann jetzt gerade den Stream nicht ausschalten mit dem 1v1 hier. Naja, du wirst ja nicht. Hä? Wieso bin ich jetzt in der The Last Chapel Map? Weil du ja nur bist. Nein, ich muss jetzt wieder das Spiel erstatten. Das ist ja so ekelhaft. Ich kann es nicht mehr schließen. Ich kann es nicht mehr schließen. Boah Hermani. Bist du gut, he! Ja, ist er halt. Boah Hermani, du kannst das! Bist du narrisch, he! Ich baue dir ein Brötchen. Mancheiße, bin ich oben geschossen. Und scheiße, bin ich oben geschossen, du bist. Ich schnauze, du bist oben geschossen, Alter. Das ist schon ein Lied. Der Bist ist ein blödesdrechter. Er schnauze, ich bin oben geschossen. Was hab ich bitte eingeschickt? Bist du ja ein guter Spieler. Bisschen wie du, nein. Du kannst wahnsinnig gut abschießen. Wahnsinnig gut. Ja, dann mach's schwer. Ich komm nur zum Schwindel. Wow. Wo hab ich jetzt zum Schwindel angefangen, bitte? Hey, ich hab ein Schwindel. Hallo? Hallo? User disconnected from your town. Easy, man. Easy. 130 kp hab ich noch. Maxi, dann sagen wir mal so. Machen wir mal ein Fußball-One-V-One. Dann schauen wir mal, wer da gewinnt. Oder dann machen wir mal irgendwas alles an One-V-One. Dann schauen wir mal, wer da gewinnt. Für was? Für was? Weil sie sagt, es muss man vielleicht irgendwas, diese mit Sport zu bauen. Wo Fußball, und so. Keine Ahnung. Weil, war dabei. Also wo man... ...mehr will nur seine Finger bewegen muss. Also hast du Gott zugeben, dass wir schlechter bisschen Fahrt nicht wollen. Ist du ja wohl, um jetzt den auch noch zu rühren. Für was du? ... tut curl. Für ist ein Schwindel. Dieser ist ein Schroett. Der kommt in den Rumpf. Also ist es ein Schroett. Für das ist ein Schroett. Ich habe einen Schroett.